Hallo, mein Name ist Peter Böllhuber. Ich bin jetzt ein neuer Spieler bei der Wiener Viktoria. Peter Böllhuber, ein weiterer Top-Transfer von unserer Viktoria. Vom Bundesligisten Admir Awaka zu unserem Kult-Club nach Meidling. Was hat dich zu diesem Schritt bewogen? Ich wollte eigentlich nicht mehr im Profigeschäft arbeiten. Vom Vereinsseite sind große Bemühungen gekommen, dass ich zur Viktoria komme. Deswegen bin ich da jetzt. Wie ist der Kontakt zustande gekommen? Wer war der Erste, der dich kontaktiert hat? Angeschrieben hat mich der Toni Polster angeschrieben. Also wenn ein Name wie Toni Polster ruft, dann folgt man natürlich als Spieler? Ja, natürlich. Er hat einen sehr guten Namen. Jeder kennt ihn und dann fängt man schon zu überlegen an. Was auch sehr viele Fans jetzt interessiert und heiß diskutiert wird in den Foren, wie sich so ein kleiner Verein wie Wiener Viktoria einen Bundesliga-Profi leisten kann. Kannst du uns etwas zu deinen Vertragsbedingungen erzählen? Ja, es ist so, mein Vertrag beginnt eigentlich dann erst im Sommer. Aber ich habe mich einfach dazu entschlossen, dass ich jetzt der Viktoria schon helfe. Natürlich auf einiges Geld verzichte er auch von der Admirer, vom Erfolgenverein. Aber ich helfe der Viktoria einfach, dass wir oben bleiben. Und dann beginnt mein Vertrag im Sommer. Und somit werde ich dann nächstes Jahr mit der Viktoria gemeinsam in der Regionalliga hoffentlich weiterspielen. Also dein Ziel ist, dass Wiener Viktoria den Klassenerhalt natürlich schafft? Auf jeden Fall, ja, genau. Und dann beginnt mein Vertrag im Sommer.